Der US-Geheimdienst NSA hat offenbar auch das französische Außenministerium gezielt ausgespioniert. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf ein internes Dokument der NSA. Im Visier stand demnach ein als sicher geltendes Computernetz, über das alle Botschaften, Konsulate und die Zentrale in Paris verbunden sind. Auch die interne Kommunikation des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera soll die NSA nach Angaben des Spiegel ausgespäht haben. Dankeschön.